mit franz neumeyer in münchen servus franz hallo jerome und mit jerome brunell in hob am neckar auch diese folge wird gesponsert vom kreuzfahrt newsportal crucify.de und von meravando.de wo sie die co2 kompensation ihrer schiffsreise geschenkt bekommen herzlichen dank an dieser stelle an unsere sponsoren ja und schön dass sie uns wieder heruntergeladen haben unser thema heute ist ein ganz besonderes schiff und ganz ehrlich franz da beneide ich dich ganz besonders ich beneide dich ja immer aber da ganz besonders du bist nämlich mit einem ja wirklich geschichtsträchtigen schiff möchte ich fast sagen gefahren nämlich mit der queen mary 2 von kunat ja genau also mein ja die queen mary 2 hat einfach so eine so eine so eine nimbus sie ist sie ist mit recht natürlich auch so ein bisschen alleinstellungsmerkmal hat sie weil sie quasi der letzte und einzige ocean liner transatlantik linienverkehr schiff ist das macht sie zwar nicht das ganze jahr und ständig aber doch sehr häufig die reise die ich gemacht habe glaube ich die 328 atlantik überquerung der queen mary 2 sie fährt zwischendrin auch reguläre kreuzfahrtrouten macht aber doch relativ häufig eben den den linienverkehr ja muss man so sagen zwischen zum teil hamburg southampton new york zum teil aber halt immer southampton new york oder new york southampton und witzigerweise sind wirklich durchaus einige passagiere immer an bord die nicht fliegen wollen nicht fliegen können und die queen mary 2 da auch so ein bisschen als verkehrsmittel zwischen amerika und europa benutzen also insofern schon was was ziemlich besonderes was vielleicht auch zum teil die beliebtheit des schiffs in gerade auch in deutschland in hamburg erklärt ja also ich habe öfter schon mal von schauspielern gehört die ihren film in deutschland oder in europa präsentieren wollten und dann aber mit der queen mary rüber gefahren sind weil sie einfach flugangst haben und mit dem flugzeug einfach nicht fliegen wollen ich glaube das sind gar nicht mal so wenig leute die das machen klar und die queen mary 2 ist natürlich wirklich es ist nahezu die einzige möglichkeit das zu tun es fahren natürlich andere schiffe fahren kreuzfahrtschiffe fahren auch mal über den atlantik das machen die halt zweimal im jahr also im frühjahr wenn die wenn die karibiksaison vorbei ist und sie zu europäischen fahrgebieten wechseln dann fährt ein kreuzfahrtschiff mal über den atlantik und im herbst wenn die europasaison die mittelmeersaison vorbei ist fahren sie wieder zurück in die karibik das sind so um die jahreszeiten findet man mehr schiffe die diese route fahren aber während des jahres wenn ich sage ich will eben wie zum beispiel jetzt im august von southampton nach new york oder von new york nach southampton ist die queen mary 2 wirklich die einzige möglichkeit also vielleicht gibt es irgendwelche frachtschiffe mit denen man den weg auch noch irgendwie mühselig schaffen kann aber ansonsten ist sie wirklich die einzige möglichkeit wenn man nicht fliegen will oder weil man es macht wie greta thunberg und und einfach sich in eine segeljacht nimmt aber das ist natürlich schon sehr speziell richtig ist es eine besondere herausforderung für ein schiff über den atlantik zu fahren weil ich kann mir vorstellen da bist ja relativ alleine da mitten auf dem atlantik da kannst du ja nicht mal eben bei einem problem in den nächsten hafen fahren ja klar du bist du bist natürlich schon zeitweise relativ weit vom nächsten land entfernt die entfernung ja gut ist jetzt nicht das riesenproblem also wir hatten zwischendrin mal vor der küste von neuf hundland sind wir wirklich mal zwei stunden im wasser gelegen bewegungslos weil wir irgendein antriebsproblem hatten das konnte dann an bord wieder gelöst werden sind wir wieder weiter gefahren das kann natürlich immer und überall mal passieren sollte idealerweise nicht und es wird sehr unangenehm wenn du halt in den ja bei sturm bei schwerem seegang und sowas und du fährst über nordatlantik auf der strecke und das heißt der nordatlantik ist eher ein raues seegebiet oder kann es sein speziell wenn im herbst im winter stürme toben wenn es sehr kalt ist es gibt dort eisberge eisberge sind nicht mehr wie früher bei der titanic ein großes problem weil gerade seit der titanic und in folge richtig eisberg beobachtungssysteme auch satelliten gestützt vorhanden sind also heutzutage weiß man genau wo eisberge sind und das risiko im nebel auf einen eisberg zu treffen sind heute bei eigentlich null weil man eben genau weiß wo die großen eisberge treiben und die schiffe entsprechend gewarnt werden beziehungsweise die informationen haben und insofern sind jetzt die risiken im vergleich zu einer titanic zeit natürlich deutlich geringer heute aber ein schiff sollte im idealfall gerade wenn sie eben auch im winter im herbst nicht zu den optimalen jahreszeiten dort fährt vielleicht ein bisschen robuster gebaut sein also auf der queen mary 2 zum beispiel hängen die rettungsboote deutlich höher als typischerweise einfach um die rettungsboote vor wellenschlag auch zu schützen dafür hat sie eine ausnahmegenehmigung dass die boote so hoch hängen dürfen die aufbauten des schiffs sind durchweg aus stahl heutzutage baut man auf so aufbauten ja in der regel aus aluminium also aus stahl auch der schiffsrumpf ist aus einem dickeren stahl gebaut sie hat ein bisschen eine schnittigere form um durchs wasser zu schneiden also es sind viele so bauliche dinge die bei dem schiff auch wirklich anders gemacht wurden um sie um sie für diese transatlantik reisen fit zu machen sie hat auch vier vier pot antriebe also das sind in dem fall mermaid pots also diese drehbahnen 360 grad propeller gondeln die ja heute viele schiffe haben sie hat gleich vier stück davon und kann auch eine sehr hohe geschwindigkeit fahren also die queen mary 2 kann mit den normalen schiffsmaschinen kann sie wie ich es recht erinnern habe bis zu 26 knoten fahren so 20 bis 26 wir sind jetzt auf unserer reise eher so zwischen 16 und 19 knoten gefahren das ist die normale reisegeschwindigkeit hat aber zusätzlich auch noch zwei gasturbinen an bord die ja sehr sehr treibstoffverschlingend sind deswegen äußerst selten benutzt werden kann aber einfach wenn es nötig ist die gasturbinen noch zuschalten für die energie gewinnen und dann sogar über 30 knoten also über 55 stundenkilometer fahren was für ein schiff schon sehr sehr schnell ist also insofern hat sie da auch baulich schon einige besonderheiten und ist eben speziell für diesen transatlantik verkehr auch konzipiert das ist ja du hast es ja gesagt so ein transatlantik kleiner ist das ding denn auch anders für die passagiere gebaut also bei so einer reise ist man ja die ganze zeit auf see und nicht ständig an land das heißt die leute müssen ja irgendwie an bord bei laune gehalten werden also da unterscheidet sich jetzt die queen meret also sie ist schon im innen im ausbau in dem was sie anbietet ein bisschen anders wie andere schiffe aber im grunde ist sie ist sie in der hinsicht wie ein kreuzfahrtschiff also sie hat ein theater sie hat genau sogar zwei theater sie hat nämlich noch einen zusätzlichen raum den man als großes kino und auch vor allem auch als planetarium was ich sehr spannend finde benutzen kann das ist schon bei so einer langen atlantik reise trägt es zum entertainment bei wenn man einfach mal sich so große planetarium shows anschauen kann ein bisschen abwechslung im entertainment bietet das ansonsten hast du klar restaurants bars kinderbetreuung pools also all das was ein normales kreuzfahrtschiff auch hat hat die queen meret 2 auch sie ist ein bisschen insgesamt ein bisschen anders konzipiert planetarium habe ich schon erwähnt das sind so ein paar sachen anders aber es gibt viele andere kreuzfahrtschiffe also wenn ich mir eine oasis class von royal kribben zum beispiel anschaue die ist auch sehr anders als andere kreuzfahrtschiffe ist in den grundelementen aber dann trotzdem wieder sehr ähnlich also letztendlich erwarte ich auf einem schiff einfach immer dieselbe art von entertainment restaurants und so weiter insofern unterscheidet sich jetzt grundsätzlich nicht dramatisch was sie schon an besonderheit ausmacht ist ein unglaubliches platzangebot pro passagier da vergleichbar obwohl ich diesen vergleich immer so ein bisschen schwierig finde man rechnet immer aus wie viel tonnage pro passagier ein schiff hat das ist natürlich eine objektive vergleichszahl wo ich verschiedene schiffe miteinander vergleichen kann auf der anderen seite ist die tonnage also die brutto raumzahl die man für ein schiff berechnet ja eher so eine steuerliche berechnungsgröße und sagt nicht zwingend eins zu eins vergleichsmöglichkeit verschiedener schiffe aus aber auf der queen meret 2 liegt eben dieses verhältnis bei 56,3 zu 1 also 56,3 brutto raumzahl pro passagier wenn man das einfach mal so ins verhältnis setzt zu schiffen vielleicht einer ähnlichen kategorie also celebrity regal celebrity princess cruises holland america line da ist wie gesagt die queen meret 2 bei 56 grob eine celebrity edge bei 44,4 eine regal princess bei 32,5 eine koningsdarm bei 37,5 also deutlich niedriger eine harmony of the seas vielleicht von der von der größe her wäre wieder eher vergleichbar 41 also da ist die queen meret 2 hat bietet da sehr sehr viel platz merkt man das denn tatsächlich das merkst du natürlich klar also du hast es heißt mal wenn man wirtschaftlich denkt würde man sagen du hast sehr viel ungenutzten raum auf dem schiff also gerade so so in dem bereich von 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 der grand lobby also dem großen atrium ist ja ein langer breiter gang mit 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 weiß nicht glaubst du das messing 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 wand reliefs dort ist ja wenn man es umsatz technisch denkt gar nichts also es ist einfach eine lange wandelhalle wenn du so willst mit wunderbaren reliefs an der wand aber dort gibt es keine shops keine tische kein café keine bar da ist schon ein sehr sehr großzügiges raumgefühl da dasselbe ist auf den auf den außendecks also du hast riesige riesige freiflächen alles wunderschön in holz wo man jetzt bei warmem wetter sehr viel liegestühle aufstellen kann also liegestuhlmangel gibt es auf dem schiff keinen und die queen meret 2 hat halt dieses klassische abgestufte heck nach hinten also du hast mehrere decks die sich abgestuft nach unten entwickeln mit mit einem eigenen 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 sonnendeck mit einem whirlpool für die für die passagiere der der queens und princess suiten also der teuersten kabinen an bord die haben da ja ein eigenes sonnendeck dann sind zwei wirklich zwei pools einer nochmal mit zwei whirlpools auf jeweils diesen abgestuften decks ja große bars all diese dinge außerhalb im freien du hast am sonnendeck oben sind wirklich viel platz für für shuffleboard also nicht mal wie oft jetzt bei neuen kreuzfahrtschiffen irgendwo in die ecke gedrängt malt man auch noch schnell ein shuffleboard auf weil ein schiff so was haben muss sondern dort ist richtig viel platz zum shuffleboard spielen das macht schon spaß wenn man das gerne macht du hast eine umlaufende und sehr sehr breites promenadendeck auf deck 7 wo schöne klassische holz liegestühle mit polsterauflage stehen und das deck ist wirklich breit genug dass dort sowohl leute also power walking und jogging machen können als auch gleichzeitig vorne an der railing dann die leute in ihren in ihren sonnenliegen liegen können und auch da gibt es so viele dass ich also auf der ganzen reise nie erlebt hatte dass man dort irgendwie lange hätte suchen müssen für die liege sondern da findet man auch wirklich immer platz also da ist schon sehr sehr viel raumangebot vorhanden was mir umgekehrt aufgefallen ist dass zumindest zu stoßzeiten ansonsten war das kein thema aber zu stoßzeiten die bar die sitzplätze in den bars fast ein bisschen knapp bemessen waren überraschenderweise also wenn du wenn du deine essenssitzung um 20.30 Uhr hattest das ist die späte sitzung die wir hatten und du versuchst um 19.30 Uhr in die bar zu gehen und noch einen pre-dinner cocktail dort zu nehmen kann es schon sein dass es ein bisschen schwierig wird noch einen platz zu finden also wenn du wenn du eine halbe stunde vor restaurant öffnen in eine bar gehst ist eine gewisse wahrscheinlichkeit dass du dass du eine andere bar suchen musst oder vielleicht an dem tag gar keinen platz mehr kriegst das hat mich so ein bisschen gewundert da ist finde ich die bars sind großzügig gestaltet die leute sitzen nicht so irgendwie eng aufeinander oder so da ist viel platz es ist echt gemütlich und sehr sehr schön aber es ist jetzt nicht unbedingt für alle platz lässt sich einfach umgehen da kommst du halt einfach eine viertelstunde früher dann dann ist alles frei weil die leute komischerweise alle mal zur selben zeit kommen jetzt eine viertelstunde früher hin kriegst du deinen schönen platz am fenster und genießt dein cocktail oder trinkst da noch einen zweiten bis das abendessen ist also lässt sich problemlos beheben aber das ist mir aufgefallen das war so ein bisschen verwunderlich für mich ist die queen mary irgendwie ein ganz besonderes schiff weil es für mich persönlich ich mache es jetzt wirklich persönlich für mich steht das das schiff irgendwie in der tradition zur titanic und hoffentlich nur im positiven sinn ja natürlich also ich denke nicht oh gott geht das schiff gleich unter also sie fährt ja auch schon ziemlich lange die 2004 in dienst gestellt worden also das titanik schicksal hat sie schon nicht erlebt ja und du hast ja auch vorhin gesagt das schiff ist besonders stabil gebaut das ist auch nötig die hat ja schon den einen oder anderen zwischenfall mit größeren wellen am schiff ich kann jetzt nicht mehr genau sagen was da passiert ist aber ich glaube die eine oder andere scheibe ist da auch schon zu bruch gegangen ja wenn du wenn du oft auch zu zu in den herbst und winterzeiten über die atlantik fährst da kommst du auch mal in schwere see das ist keine frage genau und für mich steht dieses schiff irgendwie in der tradition der titanic und jetzt kennen wir alle den film der da neu gemacht worden ist und da gab es ja klassen also erste zweite dritte ich glaube sogar vierte klasse also holzklasse ist es auf der queen mary 2 auch so dass es da verschiedene bereiche gibt wo ich als normaler passagier vielleicht nicht reinkomme also du kannst es nicht mit dem klassensystem auf der titanic vergleichen das das ist wirklich weit entfernt davon also letztendlich ist die queen mary 2 in der hinsicht wie jedes andere kreuzfahrtschiff auch aber natürlich gibt es auch auf der queen mary 2 suiteen klassen also es gibt die princess klasse und die queens klasse die prinz die zwei teuerste die queens die teuerste die haben habe ich vorhin ja schon erwähnt ein eigenes sonnendeck wo jetzt ganz ehrlich bin da auch oft gewesen da war jetzt natürlich bei transatlantik ist dort wenig andrang weil das war einfach wir hatten zeitweise relativ starken wind wir hatten zwei tage auch so dichten nebel dass wir manchmal nur 50 meter sicht hatten das finde ich auch total spannend wenn du dann durch den nebel fährst und alle zwei minuten das nebelhorn bläst das ist eine sehr sehr mystische stimmung gerade wenn du weißt du bist am atlantik und rund um dich rum sind hunderte von kilometern nichts eine sehr sehr faszinierende atmosphäre also ich weiche gerade ab die suiteen gäste haben also ihr eigenes sonnendeck mit einem whirlpool hinten draußen und es gibt jeweils für princess und für queens gibt nochmal separaten restaurants wo dann das essen mutmaßlich ich war ja nicht bin ich in der suite gefahren ich hatte nur nur eine balkon kabine ich hätte eine innen kabine gehabt diesmal vielleicht gut also diese suiteen kategorien haben dann ihr eiligendes restaurant wo entsprechend wahrscheinlich mehr keller zur verfügung stehen wo das wo das essen nochmal niveau höher ist aber ansonsten ist es jetzt nicht wie früher auf ocean liner wie der titanic oder so dass dann quasi die 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 steerage passagiere am in der vierten klasse dass die nur innenräume hatten und nicht mal die treppe zum zum außendeck benutzen durften oder sowas also sowas gibt es nicht es ist das schiff steht im wesentlichen allen passagieren gleichmäßig zur verfügung und es gibt eben so ein paar bereiche wie das sonnendeck und die restaurants ich glaube es gibt im hauptrestaurant in britannia gibt es noch eine ecke die heißt club das ist weiß ich ehrlich gesagt jetzt auswendig gar nicht genau auch nochmal für bestimmte kabinen kategorien reserviert abgetrennter bereich im hauptrestaurant der vielleicht irgendwie ein bisschen besonders ist aber damit hat sich dann auch das ist es gibt noch eine andere kategorie von passagieren die auch ihren eigenen bereich haben das sind nämlich hunde und katzen die queen mary 2 ist auf transatlantik reise auf transatlantik also nur auf transatlantik auf normalen kreuzfahrten nicht aber auf transatlantik reisen kannst du auf der queen mary 2 deine hunde wenn du willst auch eine katze mitnehmen das ist halt vor allem natürlich spannend für leute die zum beispiel umziehen von amerika nach europa oder umgekehrt die haben da wirklich einen eigenen bereich mit einem indoor bereich wo die herrchen frauchen also mit ihren hunden ein bisschen spielen können das wäre da schlecht das ist ein kleiner außenbereich mit auslauf die haben sogar eine eigene laternenpfahl original liverpool und einen new yorker feuerhydranten je nachdem wo der hund herkommt um ihr geschäft zu verrichten draußen soweit ich weiß werden sogar eigene hundekuchen oder oder kekse oder sowas als leckerli für die tiere gebacken es gibt einen eigenen hunde buttler der sich also um die um die tiere kümmert wenn wenn die besitzer gerade nicht da sind also gibt eigene hunde zwinger wobei das wort zwinger klingt so fies finde ich immer aber es ist halt das deutsche wort dafür also ja käfige für die tiere also die tiere sind da nicht mit den passagieren in der kabine so weit geht es dann doch nicht aber ich glaube es ist zumindest wesentlich angenehmer als im flugzeug im frachtraum mitzufliegen insofern da also nochmal ein eigener bereich für sehr spezielle passagiere wenn ich an titanic denke ich bleibe nochmal bei dem bild dann denke ich auch an passagiere die festlich gekleidet sind tolle anzüge haben tolle garderoben ist es auf der queen mary 2 auch gang und gäbe dass man zu besonderen gelegenheiten zumindest also bei captains dinner oder so dass man da besser angezogen ist nicht nicht nur zu besonderen gelegenheiten also die queen mary 2 ist schon hat eine sehr sehr elegante atmosphäre also abends also ab 18 uhr ist der dresscode ziemlich streng das heißt da hast du also an normalen abenden wird keine also seit einiger zeit keine krawatte mehr erwartet das war bis vor kurzem auch noch so aber ansonsten hast du an normalen abenden also zumindest hemd ohne krawatte sakko und eine anständige hose keine jeans das ist die meisten sind dann aber trotzdem irgendwie zumindest im anzug das ist so dass an einem normalen abend und dann gibt es gab es jetzt auf der reise drei gala abende da ist dann schon smoking dinner jacket oder dunkler anzug mit krawatte pflicht und das pflicht wird dann auch ernst genommen das heißt du wirst im restaurant auch abgewiesen wenn du ohne krawatte kommst das solltest du dabei haben und wenn du das nicht willst gibt es da eine ausweismöglichkeit du kannst das buffet restaurant zum essen gehen das ist auch sehr gut aber du verpasst natürlich ja du verpasst den hummer du verpasst den kaviar du verpasst wirklich die die tollen sachen im haben also ganz ehrlich weiß es nicht habe buffet restaurant nicht nachgeschaut ob es dort vielleicht den hummer und den kaviar auch gibt das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen bin natürlich ich hatte mein smoking dabei ab und zu darf man den ja dann auch mal ausführen und das macht dann auch spaß und auf der queen mary 2 die passagiere nehmen das auch ernst also du hast dann auch ja du hast immer so einzelne kleine ausreißer aber die weit weit überwiegende zahl putzt sich dann auch raus und genießt dieses wie du sagst dieses elegante titanik gefühl das ist das macht schon auch einen teil der besonderheit jetzt gerade auf der transatlantik reise einfach aus wo du ja auch zeit hast es jetzt nicht so wie auf einer auf einer mittelmeerkreuzfahrt wo du um 18 uhr irgendwie vom landausflug aus rom zurückkommst und um 18.30 Uhr musst du im smoking beim abendessen stehen das ist dann stress aber wenn du auf transatlantik ja eigentlich den ganzen tag nichts zu tun hast also nichts zwingendes zu tun hast es gibt genug programmen aber nichts zwingendes zu tun hast dann kannst du dir einfach auch mal zeit nehmen und 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 dich ausgiebig duschen die haare waschen dir in aller ruhe deinen dein smoking hemd anziehen du kannst auch in die gibt wichtig wie ja ganz spannend natürlich gäste wäschereien an bord also waschmaschinen trockener bügeleisen und sowas witzigerweise auch kostenlos also auch das waschmittel kostet da nichts in diesen in diesen guest laundries auf anderen schiffen gibt es zum teil auch da musst du aber zumindest waschmittel selber bezahlen also das ist komplett kostenlos also kannst dann auch wirklich da einfach nochmal hingehen und nochmal dein smoking hemd so richtig schön aufbügeln und und also da kann man sich dann auch einfach mal die zeit nehmen dafür und das machen die leute auch also da hast du wirklich an einem abend war das thema roaring twenties da kamen dann wirklich die damen kamen mit ihren feder boas und mit ihren pailletten kleidern und fransen kleidchen und hatten noch so eine feder im haar und ein schönes hütchen und die herren im dinner jacket und ihm wirklich aufgeputzt im smoking also das zelebriert man auf dem schiff einfach noch und klar wer das nicht mag für den ist es ein albtraum der fährt vielleicht dann einfach nicht mit dem schiff aber es gibt ganz viele leute die lieben das und da ist auf der queen mary 2 so eine gewisse garantie dafür da dass einfach die anderen passagiere auch so denken sodass die atmosphäre dann einfach auch passt und wenn du da am abend vorhin schon erwähnt zum pre-dinner cocktail in die bar gehst ich finde das schon klasse wenn die leute dann im smoking an der bar sitzen und und mit dem glas champagner in der hand parlieren und du hast eben keinen mit einem abgerissenen t-shirt und jeans daneben sondern alle leute sind so angezogen und das macht irgendwie schon spaß das hat seinen gewissen reiz obwohl ich jetzt selber auch nicht der große freund von dieser auftröselei bin und diese unbequemen schuhe hasse und diese würgenden krawatten und sowas aber in der atmosphäre es ist echt was besonderes kann man sich denn so ein smoking auch leihen weil ich hätte überhaupt kein smoking müsste mir also einen kaufen und das ist jetzt nicht gerade billig oder du kannst es an bord leihen also ich habe mir jetzt nicht umgeguckt was es kostet das dürfte sicher auch nicht ganz billig sein aber es wird auf jeden fall deutlich billiger sein als die ganze ausrüstung selber zu kaufen also es gibt es gibt leihabend kleidung an bord okay gerettet ja ich habe mir ich habe mir mein smoking habe ich mir vor ein paar jahren gekauft zur zur taufe von der royal princess war das damals weil prinzessin kate damals taufpartin war und da war natürlich sehr formell adresscode wenn 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 königliche hoheiten anwesend sind dafür habe ich mir den gekauft und ja seitdem auch nicht mehr benutzt und jetzt konnte ich ihn einfach auch mal wieder ausführen und einsetzen und das ist dann auch schön also ja ich habe mich schon wiederholen mich macht einfach dann auch mal spaß muss es nicht auf jeder reise haben aber da macht spaß lass uns mal ein paar worte verlieren zum essen selbst du hast zwar immer gesagt da kann man schön essen dann gibt es humor aber muss ich mir die küche vorstellen so wie auf der europa 2 also richtig tolles essen oder gibt es auch unterschiede also es gibt sehr gutes essen aber europa 2 ist natürlich natürlich eine andere liga also das meine du redest davon von ganz ganz grundlegend unterschiedlichen reisepreisen das wirkt sich natürlich beim essen aus aber man muss schon sagen also ich fand fand das essen durchweg sehr sehr beeindruckend der küchenchef klaus kremer ist ja einer der 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 granden quasi der kreuzfahrt küche der schon seit ich glaube fast fast 30 jahren oder ziemlich genau 30 jahren in dem geschäft ist also auch bei den ganz großen gelernt hat auf tollen schiffen gearbeitet hat und küchenchef auf der kühlen meri 2 ist und der legt einfach einen sehr sehr großen wert auf die qualität des essens die er rausschickt hat sicher kein so hohes budget natürlich wie auf einer europa 2 aber das ergebnis ist schon ziemlich toll und ich habe es ja erwähnt du hast dann am gala abend durchaus eben auch den hummer und den den kaviar und bei dem kaviar wird jetzt auch nicht übermäßig gegeizt sondern das war schon zwei zwei ganz ordentliche kleckse auf der vorspeise das war ein ordentlicher sibirischer also nicht jetzt irgendwie eine ganz minderwertige qualität sondern schon was ziemlich brauchbares du hast jetzt chateaubriand zum beispiel im hauptrestaurant das muss man also einfach betonen im inkludierten hauptrestaurant gibt es diese dinge die sonst auf kreuzfahrtschiffen in dieser größenordnung in dieser dieser kategorie jetzt doch eher selten gibt hast schon bei princess holland america ist vergleichbar ja und auf dem niveau ist einfach die küche auf der kühlen meri 2 auch ich würde ja ich denke ungefähr auf dem niveau na also schon sehr sehr ordentlich hat mir sehr gut gefallen was es ist ein paar besonderheiten noch auf der kühlen meri 2 hast du nämlich auch im buffet restaurant abends gibt es einen abgetrennten bereich der nennt sich alternative dining da zahlst du 19 euro 50 19 dollar 50 wenn ich es recht erinnerung habe auf preis also wie bei einem spezialitäten restaurant für diese die tische dann eingedeckt mit bedienung und es gibt so wechselnde themen also mal asiatisch mal was hatten wir einmal da wo wir drin waren war amerikanisch so ein bisschen smokehouse mit baby back ribs und und solchen gerichten die wirklich sehr sehr lecker waren also die waren richtig toll gemacht richtig tolle qualität also das lohnt sich da also da so ein wechselndes thematisches spezialitäten restaurant im hauptrestaurant und es gibt noch ein dass das veranda restaurant das ist ein spezialitäten restaurant für für französische feine küche da hatte ich jetzt keine gelegenheit zu essen dass man kann einfach dann auch nicht alles auf einmal schaffen das kostet auf preis es gibt was was gibt es denn noch ein godai war kaffee also kaffee mit godai war pralinen und schokolade wo man sich dann auch mal für 15 dollar 50 einen afternoon tea weil wir sind auf einem britischen shift das darf man nicht vergessen es ist sehr vieles sehr britisch einen afternoon team mit pralinen und kuchen und sowas mit godai war schokolade gönnen kann wenn man das möchte man kann auch in der champagner bar sich einen champagner afternoon tea gönnen das ist dann noch eine kategorie höher kostet 34 50 da ist dann aber einfach auch champagner und ganz ganz leckere häppchen und sowas mit dabei aber es gibt auch einen kostenlosen afternoon tea wo es dann eben klassische britische sandwiches und und wie heißen die dinger jetzt diese gebäck jetzt komme ich nicht mehr drauf also zum tee scones natürlich scones mit marmelade und clotted 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 cream so clotted cream serviert von von kellnern in weißen handschuhen und also ein sehr 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 schöner eleganter event und der ist durchaus dann einfach auch kostenlos inklusive also es viel viel solche sachen die einfach ja auch wirklich in dieser britischen tradition sind und die die spaß machen wenn man das so ein bisschen wenn man sich darauf einlässt und das genießt zu der britischen tradition gehört durchaus auch das anstehen in langen schlangen das das kommt auch vor also es zum beispiel wenn man für das planetarium karten haben möchte da gibt es viele vorstellungen also man muss keine sorge haben dass man nicht reinkommt aber letztendlich muss man sich also es kostenlos es kostet nix aber du musst dir halt eine karte besorgen vorher und um diese karte zu besorgen musst du dich anstehen und der brite neigt einfach dazu sich brav in langen schlangen anzustehen und in aller geduld zu warten bis er dran ist und seine karten ausgehändigt bekommt auch auf den spaß muss man sich glaube ich einfach einlassen und 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 nicht jammern und sich nicht über das anstehen ärgern es gehört irgendwie einfach dazu wenn ich jetzt gerne mit diesem schiff mal eine atlantiküberquerung machen möchte erzähl mir mal ein bisschen so was auf mich zukommt also wo steige ich auf das schiff auf was kostet mich das ungefähr und wie lange geht die reise eigentlich ja also erstaunlicherweise schwanken die preise ziemlich stark für diese transatlantik reise du kannst also zum beispiel im november hamburg bis new york also die reisen du hast gefragt die starten entweder in southampton oder in hamburg wobei wenn sie in hamburg starten machen sie in southampton nochmal einen zwischenstopp also du kannst hamburg southampton new york machen oder du fliegst nach southampton oder nach nach london und fährst mit dem bus nach southampton und fährst dann von southampton nach new york oder eben die andere richtung du fliegst nach new york und fährst von dort du kannst auch beides machen und kannst hin und zurück fahren es gibt auch manchmal ganz nette kombinationen dass das schiff zum beispiel von southampton nach new york fährt von dort aus eine neu england kreuzfahrt macht und danach dann wieder nach southampton zurück also man kann dann auch so drei solche dinger hintereinander kombinieren wobei das dauert dann natürlich recht lang und wird dann irgendwann auch ein bisschen teurer von den preisen her im november hamburg new york zehn tage ab 1000 euro du kannst aber auch irgendwie in so einer besseren jahreszeit auch mal für zweieinhalb tausend oder für 4000 euro also das hängt wirklich sehr sehr stark davon ab wie gut das schiff schon gebucht ist zu welcher jahreszeit das ganze stattfindet und insofern so ein bisschen schauen als anhaltspunkt ab 1000 ab 1500 euro glaube ich ist so eine so eine grobe daumenpeilung ansonsten muss man da wirklich genau auf den termin und so weiter schauen weil die preise sehr sehr unterschiedlich sind ich weiß jetzt nicht wie die flugpreise derzeit sind aber das ist ja nicht viel teurer als eine flugreise nach amerika naja es ist mindestens das doppelte ich bin noch nie nach amerika geflogen und dann ist es ja auch nur one way jetzt gewesen erstmal also du musst ja zurück auch noch also ja im moment um diese jahreszeit kannst du einen flug nach von münchen nach new york für 600 550 600 euro ungefähr kriegen hin und zurück wenn du in sommerferienzeiten gehst dann kann das auch leicht mal über 1000 oder 1200 euro gehen also es ist schon natürlich teurer wie ein flug aber du musst natürlich auch rechnen dass du nicht wie beim flug irgendwie nach new york acht stunden an bord bist sondern du bist ja sieben oder acht oder oder auch wenn du von hamburg aus fährst zehn tage an bord hast das komplette program an bord das essen und so weiter es ist schwierig zu vergleichen und es ist eine frage ob du die zeit einfach hast oder nicht wenn ich die zeit hätte würde ich glaube ich gerne auf fliegen verzichten und diese strecken immer mit der queen mary 2 fahren es ist das wesentlich angenehmere erlebnis als in der economy class sich seine beine zu verquetschen aber ich glaube es ist schwierig das zu vergleichen es macht macht glaube ich keinen wirklich großen sinn es gibt situationen wo man wo man nicht die wahl hat wo man im schiff fahren möchte gerade wenn wir mal drüber reden dass du vielleicht sehr viel gepäck mitnehmen willst kannst du sicher auch keinen umzug container auf die queen mary 2 aufladen aber zwei drei größere koffer werden die dir sicher mitnehmen ohne was extra zu berechnen da wird der flug entsprechend teurer wenn du das machen willst vergleichs mit einem business class flug dann bist du glaube ich preislich nicht mehr weit auseinander und dann kriegst du auf der queen mary 2 schon immens viel mehr leistung als auf einem flug gut dann haben wir unsere halbe stunde wieder voll franz und ich glaube es gäbe noch ganz ganz viel über das schiff zu erzählen aber irgendwann muss auch mal schluss ja zumindest das einzige was ich erwähnen will ist noch weil das ist was echt besonderes ist die bibliothek die queen mary 2 hat eine bibliothek mit über 10.000 büchern eine spezial sammlung zum maritimer literatur die man mit büchern die man nur noch ganz selten überhaupt findet eine richtige bibliothekarin also das ist was echt besonderes das wollte ich zum schluss einfach nur noch schnell erwähnt haben das muss sein genau alles klar wenn sie uns unterstützen möchten zum beispiel mit einem kleinen monatlichen betrag dann können sie das sehr gerne tun schauen sie einfach mal auf unserer webseite vorbei da finden sie alle informationen wir freuen uns über unterstützung trotzdem bleibt ganz herzlichen dank auch an die neuen unterstützer wir haben jede woche wieder neue unterstützer die hinzukommen da ganz herzlichen dank dafür genau und wie gesagt es muss kein großer betrag sein aber wir freuen uns über jeden cent franz und ich also dann ihnen noch einen ich freue mich mehr über jeden euro aber ja ja aber auch über jeden cent ich habe eher das geld ist nicht wert förderer bekommen ja diese wunderbare gelbe krustrix koffer anhänger schleife das paket was ich bestellt hatte das ist schon deutlich deutlich dünner geworden ich muss schon falsch drüber nachdenken wieder nachzuordern also klasse freut uns sehr alles klar franz ich wünsche dir noch einen schönen tag und ja bis zum nächsten mal tschüss bis denn servus ciao bis zum nächsten mal wir sind gak